Wenn ich zusammen bin, zieht es mich zum Feuer hin, warum ist die Sonne rund, warum werde ich nicht gelohnt, hilf mir, hilf mir. Ja Dennis, wenn du irgendwann Sänger wirst, gell? Ich bin Sänger. Was? Klar. Ich mag mal so Interpretationen, mach ich mal so. Digga, also das ist ja hier glaube ich eins der leichtesten Jagdaufträge, die ich hier hatte, Alter. Ja. Also so für die, in dem, in dem Levelbereich ist das auf jeden Fall die leichteste. Das ist eigentlich mit dem Felubi, warum kriegst du den nicht? Ich weiß es nicht, ich habe heute nochmal bei der alten Frau geguckt, steht nichts, was? Also das geht mir ehrlich gesagt echt auf den Sack. Weil das sind 30 bis 40 Kaka, wenn du es so willst, ne? Also ich meine klar, wir hätten die früher selbst verwendet, aber... Da bin ich dann sogar echt überlegen, ob ich einfach schnell einen Account mache, den einfach ganz schnell auf Level 25 baller. Und dann mir den Felubi einfach gebe. Da brauchen wir aber Kira als Zwischending, oder als Gruppen. Warte, was? Weil du kannst nur Gruppen machen, bis Level 30, ich glaube ich, Unterschied oder sowas. Das ist Level Unterschied. Wenn du einen neuen Account machen würdest, wird das gar nicht mehr hängen kommen. Ich kann mich auch später einfach auf deinen Laptop anloggen. Ich habe meinen Laptop nicht da, lauter hat ihn. Aber das ist ja gar kein Problem, dass wir mal schnell zu leveln, sicher. Da gehen wir mal einmal kurz Ork-Teil-Mitte. Wir haben ja Spinn-Dungeon. Ja stimmt, der SD 1 kann er ja auch rein. Oh, lol. Das weiß ich nicht, ob er da reinkommt. Doch, da kann er rein. Der muss Level 10 sein, um sich zu porten. Das ist ja alles im Endeffekt. Weißt du, wie schnell der Level 10 erreicht hat? Weißt du, wieso? Du bekommst nämlich... Digga, ich gehe nochmal drauf. Du bekommst nämlich die Dings. Du bekommst nämlich diese Waffen. Und die sind so stark im Low-Level-Bereich, dass du schon Gegner klatschen kannst, die schon 10 Level über dir sind. Okay. Ja, komm. Weißt du, hier sind auch schon echt zu toxic hier. Ach du Scheiße, Dennis! Ach du Scheiße, Rennen! Ich habe Gas, Junge! Wir sind noch einmal gespawnt. Ist das nicht schön? Spawn die jetzt die ganze Zeit bei uns, was soll denn der Scheiß? Die spawnen bei Dino irgendwie. Bei mir ist kein Asi ja gespawnt, bislang, ehrlich gesagt. Weißt du, der ganze Gameplan hat nix gesagt und dann so, ach so, ich muss ja reden, ich muss ja mit den Leuten über was hinterher reagieren, ja, abonniert mich mal, ich weiß nicht. Abonniert mich, weil ich bin einfach noch nicht so lange hier, ihr müsst mich auch nicht gut finden, aber wie schon gesagt, ich bin nicht so lange hier. Musst mir immer nur abonnieren, Leute, da sind Grenzenprobleme gelöst. Ja. Ich bezahl eure Rente irgendwann. So am einen Leute, deswegen lauf ich nicht durch Fußgängerzonen. Achso. Genau deswegen. Das ist zu oft passiert letztens. Also ich find diese Jagdaufträge, die hätten sie auch locker mal auf 25% hochjagen können anstatt 15%. Wow, was hab ich denn da gerade gewohnt? Ach, der Ninja-Wichser war das. Zieh ab, hat er geschrieben. Warum? Meine Kammer. Ach so, ja gut. Echt? Ey, frag mal, frag mal ob der Name draufsteht, hat mich jetzt auch gekillt. Kann sich ja ficken, ich bleib schon drinnen. Ich bleib hier auch schon drinnen, wenn ich hier richtig auf den Sack geh. Ey, nimm deinen Maut, nimm deinen Maut und renn die ganze Zeit von dir weg. Wann er dir noch schön tragt, dann kommt er den Level hinterher. Er kommt jetzt, er kommt jetzt. Oder, 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 bessere Idee, bessere Idee. Dennis, wir klatschen den Mädchen. Scheiß drauf. Nein. Ja, komm doch, du Fotze. Ja, komm. Der kleine Wurdensohn, ey. Er hat sich unsichtbar gemacht, pass auf, wo sein Maut ist. Der ist ein Idiot. Der ist ein Idiot. Der hat sein Maut draußen gemacht. Er hoppelt den noch hinterher. Das ist doch geil. Du Idiot, ey. Und er wundert sich, hau, du bist so. Und jetzt wechseln, jetzt wechseln, jetzt wechseln in andere Richtung, Dennis. Jetzt wechseln in andere Richtung. Guck mal, da ist er ja wieder. Pass auf, gleich muss er irgendwo wieder rauskommen. Will ihm die Dinger erst mal gleich. Ey, du bist doch so ein Lutscher, Alter. Der macht sich unsichtbar und sein Pad auch mit dem Winter her, ey. Da ist er ja. Der ist so lost, ey. Der ist so lost, ey. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Oh, er hat mich... Hä? Okay. Hat er mich abgefilmt? Warte mal, ich versteck mich. Alter, das läuft doch hier auch hinterher. Das läuft doch hier auch hinterher. Ich häng ihn in den Mops ab. Ich häng ihn in den Mops ab. Ich häng ihn in den Mops ab. Ist mir egal, wenn ich das ganze Level verliere. Der kleine Schimmer, ey. Der kann mir echt mal einen blasen, ey. Hey. Stopp. Meine Kammer. Dennis, Dennis, Dennis. Lass dich steig klatschen. Dennis, lass dich steig klatschen. Komm, komm, komm. Ich hab keinen AP. Aber weißt du, was das Ding ist? Der levelt sein 41er Char. Der muss dann auch den ganzen Weg laufen. Let's go. Let's go, Alter. Warte mal kurz. Warte mal, ich will doch noch ein bisschen Viecher hättet. Er hat mich erst gekillt. Er ist hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich weiß, ich weiß. Alter, er kann mich instant killen, oder was? Aufstehen. Und ichipse aufhers. Aufstehen, aufstehen, dann müssen sie sich aufhers Sleep. Ich findeuu, ich bin. Dann gibst ihr ihm F2. Dann gibst ihr ihm F2. Ja und jetzt aufstehen. Und du kommst? Ich bin da und diehumanización sind. Ich bin da, ich bin da. Achso, der kann mich da irgendwie so mit abschießen. Solange du das machst, knall ich deine Mutti. Jetzt kannst du aufstehen. Ja. Dennis, denis stein klatschen, denis stein klatschen. Nächster. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ja, ja, da kommt der, der, der alte Chinesen. Ja, jetzt kommt der noch mit hier. Dennis, ich geh noch. Das hat doch mehrere Stockwerke oder leg ich? Ja. Ey, die, 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 die haben doch Bullshit. Bullshit. Manchmal wird das nicht eigentlich gemacht. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Nein, ich wollte den Sausen geben, Dinger. Ich will den Sausen ficken, ich will den bei Sausen ficken und der geht einfach drauf. Nein, ich geh einfach drauf dabei. Ich weiß, der ist halt ein kleiner Bullshit. Er macht mit, er macht mit. Ein, der ist nur ein kleiner Bullshit. Es macht mir den Sausen geben. Ich he was für den Sausen geben. Jetzt geht's los. Ich he 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 he. Sag dir ein 41. Was hast du denn so geschrieben? Du. Alter, der wusste nicht, 1,40. Achso, stimmt. Da kann ich mal lesen, Alter. Was ist denn mit ihm? Ey, Digger, Digger. Sein Charme muss doch da drinne stehen. Du kannst ihn nicht killen. Ey, er hat sich unsichtbar gemacht, auffassend. Er hat sich unsichtbar gemacht, aufpassen. So, der Level 69 bekommt eh kein Damage. Er ist raus, er ist raus, er ist raus, die kleine Fotze. Er ist raus, wir haben es geschafft. Was sind die Huren? Ey, das ist meine Kammer, Digger. Weißt du, wenn du Level 100 wirst, dann hast du IQ, oder was, ey? Vor allem, wir können das einfach nur so sagen, aber er killt uns erstmal so. Hä, nein, es geht einfach ums Prinzip, du denkst echt CH1, äh, Dämonenturm, ist deine Kammer, oder was? Wenn du deine Kammer haben willst, dann geht ein fucking anderes CH, aber nicht CH1, weißt du? Ey, das ist so geil, ey. Das ist so cool, wenn das einfach so ist. Vor allem, der dachte wirklich, er ist richtig stark, kann uns killen. Was machen wir? Wir hoffen erst mal mit dem Stein so weit, dass er nicht mehr farben kann mit seinem Char. Ich zeig dir gleich mal eins. Wo bist du? Ja, du bist einem vorbei geritten, du musst mich verarschen. Ey, ich stehe hier auf Karommer, warte, direkt hier vorbei. Ja, voll, da stehe ich doch. Achso, du stehst auch eine Pferdepotze, ey. Ey, da stehe ich dir nicht mehr guckst. Da stehe ich dir nicht mehr guckst. Da stehe ich dir nicht mehr guckst. Wo ist denn die Pferdepotze? Wo ist denn die Pferdepotze? Wo brechen die Pferdepotze, was gerade eben beim Lagerhaut, ich heiße wohl mitnehmen kann ich den 50 Leute, denn es stellt sich genau dazu. Weißt du? Ohne Pferde. Und sagt dir auf Öl, wo bin ich denn? Wir sind wie so in der gleichen Gruppe, du Idiot. Hier, das meine ich. Mitnehmen immer. Das ist schon mal. Ich bin die Pferde. Ich bin die Pferde. Ja, das ist noch mal. Ich bin die Pferde.